Was ist eine junge Generation, glaube ich, anfängt zu verstehen, dass diese Welt auch ihnen gehört? Und ich glaube, dass wir vorsichtig dabei sind, an diesen Verhältnissen vielleicht etwas zu ändern und unseren gerechten Anteil an dieser Welt einzufordern. Ich meine, das war das Jahr 2004, 2005. Das war alles noch sehr geprägt von den Anschlägen vom 11. September 2001, die Kriege in Afghanistan, im Irak. Es ist einfach eine sehr politische Zeit damals gewesen. Und ich bin in ein Büro der SPD damals gegangen, um mal zu schauen, ob das zu mir passt. Und danach habe ich entschieden, das passt. Das ist eigentlich unsere größte Aufgabe im Moment, jungen Menschen klarzumachen. Bringt euch ein, wo immer ihr das für richtig haltet. Geht zu Greenpeace, zu Amnesty, gründet lokale Initiativen. Aber vergesst nicht, dass am Ende viele wesentliche Entscheidungen in Parteien, in Parlamenten, in demokratischen Regierungen. Und dann haben wir das für richtig haltet.